Und dann sagen sie mir Loser, dass ihr Bescheid wisst. Wow. So, bist du schon bereit? Ja. Hey jetzt, hallo YouTube. Willkommen. So, grün. Wenn ihr auch sowas mitspielen wollt, wisst ihr nach Twitchy. Da könnt ihr mitmachen. Twitchy, Twitchy, Twitchy. Nimmst du auf? Ich nehm' mir auf, was? Hallo YouTube! Wenn du denen das Spiel erklärst, ne? Am wegen des Wortes nimmer, ne? Jetzt gilt es. Also Räucherstäbchen, Räucherstäbchen und ein Foto. Von der Susanne. Shakeros. Okay. Susanne, Susanne. Wieder da hinten in dem kleinen Raum. Ich mach' an. Okay, okay. Es schneit wieder. Es schneit, es schneit. Gehen wir mal schon dahinter. Wow, das hat keiner mitgemacht von euch. Vorher sage. Ja. Hä? Hä? Nicht der Raum hier? Doch, hä? Okay, wir haben ein Beecherbrett, aber wo ist denn in der Mitte der Schalter? Ist der oben? Ich denke, der ist da hinten drin, ne? Habe ich mich verguckt? Warte mal. So. Ah ne, der müsste hier hinten sein, glaub ich. Oh. Jetzt können wir doch mal wählen. Ich hab's nochmal angemacht. Okay, sicher. Und dann können wir anfangen zu gucken. Okay. Hier hinten, hinter der Küche ist auch noch ein Versteck. Hinter der Küche ist ein Versteck. Ja, die komische Matratze, ne? Ja. Die riecht nach Pipi, Pfui. Meine Katzenasch ist so empfindlich. Gerade wieder auf Tablet gewechselt, Nagori Webe. Kannst du gleich mitmachen, Vorhersage läuft, Nagori. Hä? Hä? Ja, das war ich. Ich hab Licht angemacht. Ja, ich dachte, ich hab da was gesehen, aber... Hm. Hast wohl den guten Stoff zu tief eingeatmet, Herr? Das war der von der feinsten Sau, das sag ich dir. Ja, feinste Tabletengleis, sag ich dir. Ich hab ganz leise irgendwas... Oh, warte mal. Ich hab hier, glaub ich, Kälte. Ja, er ist hier oben im Dachgeschoss. Im... Im Lager. Okay, ich guck kurz im Mund nochmal, wegen Zeugen. Ja, Weecherbrett ist ja in der Abstellkammer da. Ah, okay. Okay, oben, wo er ist, ist auch noch, ähm, das... äh, der Schrank offen. Okay. Ich denk an das verbotene Wort. Ja, ich probier's. Nichts probieren, oder? Ich debolue. Dann darfst du den Feierabend machen, weißt du? Ja, meine Mama kommt mich dann abholen, oder? Ja, jetzt kann ich nichts machen, oder? Also streng dich an. Ja, toll, super. Ja, wir haben Gefriertemperatur, ich kann's bestätigen. Ja, das hab ich aber gesagt gehabt, glaub ich. Ja, aber ich hab's nur bestätigt. Achso. Und warum drück ich jetzt bitte L, um das einzutragen? Oh mein Gott. Ja, weißt du, du hast von nem Stoff geraucht. Oh mein Gott. So, mal gucken, ob wir Dots sehen. Ja, sehen wir den Derry. Ah ja, ein Orb haben wir ja auch. Orb hast du auch verstanden, ne? Der redet. Was hab ich verstanden? Er redet? Ähm. Es ist nicht, es ist ein Fake, Hunt. Fake, 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 alles gut. Jetzt auf 10! Er huntet jetzt, er huntet jetzt! Der reistet. Genau, hinter dem Matratze. Sehr gut. Gucken wir mal, wann der Hand vorbei ist, dann können wir's ihm sagen. Hand ist vorbei. Komm raus, schnell! Ja, Moment. Der hat den Strom ausgemacht. Könnte noch ein Mimic haben. Boxgefrier. Könnte auch noch ein Mimic sein, ne? Der hat auch Box- und Gefriertemperatur. Ja, was wolltest du sagen? Du hast irgendwas gesagt und das hab ich schon verstanden. Äh. Erst hab ich gesagt, dass es ne Fake-Hunt ist, und dann hat er doch richtig gehandelt. Das vorher, wo ich gesagt habe, der redet mit mir. Dann hast du gesagt, ja, und das und das und dann machst du weg. Ja, und wir haben ja Orb. Ja, und wir haben ja Orb. Deswegen glaub ich, dass es vielleicht der Mimic ist. Dann müssen wir nochmal gucken gehen. Ja, und ansonsten ist es da auch Reganon. Genau. Ich geh mal räuchern. Also, vielleicht beruhigt ihn das ein bisschen. Ja, zeig's ihm. Du schaffst das. Geh mal rein. Entschuldigung. Ich übernehme die, die Verantwortung. Sehr gut, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ja, da wird alles kaputt. Piu. Haben wir noch gefrier? Ja, haben wir noch. Warum zeigt denn das Teil 7 Grad an? Ich hab doch Gefrieratem, das seh ich doch. Darryl, weißt du, was merkwürdig ist? Die Temperaturanzeige sagt irgendwas mit 6 Grad. Aber ich hab hier noch Gefrieratem. Pff. What? Ja, okay, du bist schon tot. Du musst keinen Weg rennen. Ist sehr zu spät. Du musst deinen Knopf runternehmen. Verdammt, wir brauchen entweder ein Foto vom Geist oder dass wir den verjagen. Ja, geil. Ja, dann verbrauchen wir unser Heuchelstäbchen, die brauchen wir. Das war ja ne Aufgabe. Ja, die können wir ja gemeinsam lösen. Hm. 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 Ich hab's Räuchelstäbchen. Okay. Ich muss ein Foto mitnehmen. Okay. Oder Hand auch ein Räuchelstäbchen. Und Fingerabdrücke, damit wir nochmal gucken können. Ja, mach das. Ja, ein Feuer. So. Geh ma rin. Geh ma rin, geh ma rin. Wo können wir uns einfach... Ach, im Schrank könnten wir uns verstecken? Ach. Ach. Hier da unter der Treppe. Unter der Treppe, genau. Und hier, oder? Ja. Und hier hinten drin, ja. Ja. Ja, da würd ich aber nicht sehen, wenn er kommt, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du... Oh! Hab ich mich vor dem Ding erschreckt, ey. Stehen hier auch so ne Boxen? Ja. Hier ist aber nichts drauf. Oh, ma... Oh! Hallo? Wie soll ich denn hier Fingerabdrücke bitteschön nehmen von was? Da, von der Tür. Da, von der Tür. Nein. Ich bin auf jeden Fall weg. Ist er weg? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall weg. Mann! Bis ich wieder sterbe! Ich hab's nur zwei, dreimal gemacht. Oh! Oh... Keine Fingerabdrücke! Komm, wir hauen ab. Ja. Fingerabdrücke haben wir keine. Dann ist es da überbacken, ne? Ah, wir haben die Aufgaben noch nicht geschafft. Äh? Wie? Ach Nöh. Komm mit. Ich dachte, die ist hinter mir, wo ich es gezündet habe. Die letzten zwei Brille noch! Ne, das bringt sie doch gar nichts. Doch, natürlich! Zeig dich! Zeig dich! Komm schon! Omi! Ich bin's! Die Isi! Zeig dich! Wo bist du? Oma? Omi? Wo bist du denn? Ich warte an den Treppen auf dich, wenn was ist. Okay. Ich muss dich schmeiß auf den Sachen rum. Alter! Bleib locker! Warum hast du überhaupt kein Foto gemacht? Ja, das hab ich vergessen! So, Alter, Mann! Zeig dich! Schmeiß dich dann hier an die Treppen? Dann rennen wir unten hinter die Wand, ne? Ja, haben wir überhaupt den Knauen schon in den Gegenstand? Ist mir doch wurscht! Hä? Ja, das ist mir egal! Hahaha! Okay, what? Ich will ja hier nur ein Leben drauf! Wo kommst du hier immer wieder ein Leben drauf? Wow, dein Ernst? Ja, vielleicht! Komm rein! Ich bin doch drin! Hm, klar! Gucken wir mal! Ob wir noch was finden? Ahja, wir hatten ja das Beecherbrett! Okay, Brett hab ich! So wird das natürlich nichts! So wird das natürlich nichts! Ich fahr mal los! Ich fahr mal los! Wir sehen uns später! Kleiner Arsch! Nein! Bord auf mich! Nö, bin weh! Hast du ein Foto gemacht? Nein! Soll ich mich umbringen oder was? Ja, du sollst ein Foto machen! Die ist ja dann... Du hättest jetzt so schön reingehen können! Ich konnte nicht mehr rein! Ja, da brauche ich jemanden, der mich beschützt! Ja, dann renn doch nicht da hinten hin! Komm her! Ja, da war aber ein Versteck! Deswegen... Wo? Wo ist ein Versteck? Da in der Kammer drinnen! In der Waschkammer! Okay! Zeig! Ist das ausreichend für uns zwei? Ich denke schon, ja! Weil ich brauch Platz für mein Fell, wenn ich das sauber mache! Jetzt... Oh mein Gott! Das ist dein Ernst? Da guck! Ich seh deinen ganzen Kopf! Echt? Ja! Oh! Das ist dein scheiß Ernst? Komm zurück! Ach ja, warte! Ich muss ein Foto machen! Wir sind hier unten! Da... Boah! Pssst! Ja ist gut! Ich bin doch hier! Ich hoffe zu schreien wie so ein Mädchen! Sie krabbelt! Das hat nicht gezählt! Wie? Nee, dann gehen wir dann! Dann ist es gecheatet! Das, wenn wir räuchern, hat gezählt! Über vorne, wo ich gewollt! Ja! Ja, aber das Foto nicht! Ja, ist ja gut klar! Wir haben zwei Sachen! Ja, wie ein DVD! Der Fliegende! Weißt du noch? Oh, hör bloß auf! Ich fand den lustig! Der wollte dann, dass ich ihm helfe! Der war kaputt! Pschu! Wach, aber jetzt ab durch die Hedge! Und dann hat Dary die Hedge gesucht! Und keine mehr gefunden! Der hat die gleich durchgenommen, ey! Ja, der ist halt... Ja, ja, da hat die benutzt! Wahnsinn! Alles klar, dann hau mal ab! Hier, ne? Ja! Hast du eingetragen? Äh... Oreganon? Ja, hab ich! Und weh, das ist ja falsch! Dann bist du schuld! Wieso bin ich dann schuld? Du hast ja auch gesagt! Ja, weil ich doch auch gesehen hab! Äh? Hahaha! What? Ich hab gesagt, dass es keine Fingerabrücke sind! Ja! Siehste? Ja! Easy! Na dann, auf Wiedersehen, YouTube! Bis zum nächsten Mal! Ja, auf Wiedersehen, ne? Haut's rein! Bis zum nächsten Mal, YouTube! Tschüss. Tschüss.